Hallo und herzlich willkommen zurück zu Fuckry! Ich bin's wieder, Herr Lord1986, der euch ja ein neues, atemberaubendes Spiel versprochen hat. Nämlich indem er erstmal den da oben verfehlt. Haha, das kommt mir ungemein bekannt vor. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe mich hier wieder hingekämpft. Ich muss auch zugeben, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Sheets benutzt. Aber das ist mir sowas von Schnuppe. Denn ich bin wieder hier, in meinem Revier. Leg mich mal schnell hin und sehe ihn nicht mehr. Ja, komm. Wer schießt da von hinten auf mich? Wer hast du auf mich geschossen hier? Ach ne, hier unten. Ach ne, 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 das finde ich aber doof, wenn ihr von da unten gelaufen kommt. Hab euch ja versprochen, das Spiel, die Spiele werden nicht pausiert, werden nicht beendet, äh, doch werden beendet, aber werden nicht abgebrochen. Und, ähm, Leute, ich bin heute so schlecht. Das ist echt unglaublich. Ich hatte mir mal kurz den God Mode angemacht. Und man mag es nicht glauben, aber man kann in dem God Mode sterben. Was ich reichlich, äh, suspekt finde, wenn man mich so ein bisschen fragt. Aber, naja. Die Entwickler werden sich da bestimmt was bei gedacht haben. Ich hab mir versucht, so viele meiner alten Waffen, die ich hatte, wieder zurück zu besorgen. Da unten ist doch. Jetzt nicht mehr. So, und dann gibt's, glaub ich, nur noch einen, der da vorne ist, ähm. Hab aber unterwegs noch eine neue Waffe gefunden. Höhöhöhö. Das ist so eine Waffe nach meinem Geschmack. Groß. Viel Streuung. Wir werden oft fehlen. So viel sei schon mal versprochen. Aber das seid ihr ja mittlerweile gewohnt von mir. Denn Far Cry ist nicht dafür ausgelegt, dass man hier immer den Kopf trifft. Nein, es ist einfach dafür ausgelegt, dass ich gar nichts treffe. Alles. Bloß nicht den Gegner treffen. Das ist immer am besten. Na komm, wo willst du denn hin? Ah, da wolltest du hin. Well! Nicht im Weg stehen. Das müsste dir eigentlich irgendwann mal irgendjemand beigebracht haben. Aua. Von wo aus schon wieder? Ey, das ist unglaublich. Die sehen mich, ne? Und ich sehe nichts. Ja. Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Ich bin gleich tot. Ja, ja. Genau. Wo kommst du denn mit einmal her? Kannst du mir das mal erklären, wo du dich... Ja, wo du herkommst? Ich habe da hinten zwar alles aufgeräumt, aber naja, passt schon. Äh, ja. Ich habe die rechte Maustaste zwar nicht nochmal gedrückt, aber... Naja. Meine Maust versus dieses Spiel... Das kennen viele von euch ja schon. Leg dich hin. Nein. Steh auf. Leg dich hier hin. Und schieß ihn ab. Was? Der hat doch zurückgezuckt. Der hat doch definitiv eins... Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ich habe mir extra ein bisschen mehr Schuss für diese Waffe besorgt und jetzt treffe ich damit nicht. Das ist unglaublich. Wo ist der? Ach, nachladen. Nö, das ist schlecht. Da. Habe ich ihn? Jetzt müsste ich ihn rein theoretisch erwischt haben, oder? Machen wir das. Oh, er läuft voll in die Granate rein, aber er ist Mr. Godmode. Er überlebt alles. Wäääh. Coole Sache. Naja, wir sind im Schumpf und haben nur noch zwei oder drei Kapitel vor uns. Und, äh, ja. Fuck, cry geht endlich weiter. Alle hätten es nicht erwartet, dass es endlich weiter geht. Äh, rausgehen, hinlegen, ranzoomen, Kopfschuss geben. So, so war das doch gedacht. So, jetzt drehe ich mich erstmal um und schaue nach, wo hier dieser eine Typ herkam, der der Meinung war, er müsste mich von hinten noch ein bisschen anballern. Ich bin zwar zu 99% sicher, dass ich hier hinten alles aufgeräumt habe, in meinem Ich-Ratze-Alles-Niederwahn. Aber einen scheinen nicht vergessen zu haben, oder? Der ist einfach an uns vorbeigelaufen, als wir da oben drauf standen. Das könnte natürlich auch sein. Egal, dann sehen wir hier noch ein bisschen was von der Umgebung. Denn die Umgebung ist ja auch ultra wichtig für dieses Spiel. Wo ist... Ach, das ist Well. Oh, Well, ey. Kannst dich nicht einfach als Gegner darstellen. Das geht nicht. Kannst du nicht machen. Ist mein Headset überhaupt an? Ja, mein Headset ist an. Ich hab echt einen vergessen. Unglaublich. Ich hab hier drinnen in dem Haus einen vergessen. Und Well ist nicht in der Lage, ihn zu erledigen. Deswegen muss ich das übernehmen. So, nachdem wir das jetzt aber geschafft haben, sollten wir doch rein theoretisch jetzt etwas besseres Spiel hier mit dem haben, was da vor uns liegt. So, wieder einen erledigt. Wo ist der andere? Der Schuss kam mir doch schon wieder außer Seite, oder? Ja, wusste ich doch. Ja, genial. Ziehen überall hin und ich da wo... Ey. Hallo. Danke, dass du dann doch mal der Meinung warst, auch mal umzufallen. Ich frag mich eben gerade, wo diese ganzen Gegner herkommen. Hab ich so unsauber gearbeitet? Nee, kann gar nicht sein. Weil, das ist unglaublich, was im Grunde meine Maus hier erstens abzieht. Und zweitens, wie viel diese Gegner mit einem aushalten. Ich hab doch wieder auf normal gestartet, oder? Seien Sie vorsichtig, Jack. Naja, könnte auch sein, dass ich vielleicht auch schwer gestartet hab bei meiner Präsigkeit. Und Well. Guck mal, du bist unsterblich. Du bist so geil. Schieß sie doch einfach mal nieder. Guck mal hier, ich schieß mit auf Well. Und die lebt trotzdem weiter. Die hat jetzt gerade... Kopfschuss von mir gekriegt. Aber sie überlebt das. Und ich auch. Und das ist toll. Und deswegen machen wir hier das weiter. Und ja. Klasse. Das funktioniert dem gerade echt so. Also das läuft, das Ganze. Das ist unglaublich. Was man... In was für eine schöne Position man hier auch gedrängt wird von dem Spiel. So. Ihn muss ich erledigen. Sonst geht der mir später noch auf den Senkel. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den, der hier hinten rauskommt. Hallo. Da steht hier echt einer. Das sollte jetzt eigentlich eher so als Joke gesagt sein, aber... Da kam echt einer angelaufen. So. Jetzt können sie kommen. Jetzt kommen sie auch mal nicht mehr, ne? Ne, ne. Ist ja klar, weil ich die...